Ich bin Telska Tenderlin. Ich bewirtschafte mit meiner Familie das Gernbeizli im Kanton Aperzelt-Bosserode. Zu diesem Hof bin ich auch die Liebe, als ich meinen Mann kennengelernt habe. Es war dann schon bald klar, dass ich hierher gehe und dass wir diesen Hof übernehmen. Wir hatten Höchs und Teufs, wie es in der Landwirtschaft und in den anderen Berufspartnern auch ist. Wenn ich rausgehe und einfach so ins Land schaue, denke ich, die Natur entschädigt für viele. Die Familie ist für mich sehr wichtig. Ich denke, das ist der Grundstock für die Gesellschaft. Die Traditionen muss man nicht stuhr behalten. Man kann sie verändern und wüxen zwischen den Tieren. Und mit der Südwurst ist es ja auch so. Die ist vor 50 Jahren schon Südwurst gewesen. Man kann hier aus einem modernen Fest essen. Es gibt diverse Variationen und Südwurst ist immer wieder gut. Als sie mit der Südwurst gibt, kann man nicht nur auf dem Weg sein. Man kann hier bei der Südwurst fahren. Ich meine Frau, unsere Musik zu haben. Ich bin jetzt in der Südwurst. Ich bin jetzt in der Südwurst. Vielen Dank.